So, hi Freunde, ich meine liebe Geschwister und Brüder, Brüder und Geschwister, Brüder und Schwestern aus dem Stamme der Wahrheit, Suche und Wahrheitsfinder. Neues Video, jetzt geht es um den zweiten Teil unserer kleinen Minikonferenz Happy Future, die Aufzeichnung. Die letzte hatte ja so ein paar kleine Tonprobleme. Das war ja sehr faszinierend, der Herr, der da sprach, also meine Wenigkeit, war beim ersten Hochladen so gut wie nicht zu verstehen. Da stand der Mars kurz vor dem Neptun und dann habe ich irritierte Kommentare bekommen, habe das Ganze versucht mit meinen laienhaften technischen Fähigkeiten lauter zu bekommen und dann wollte sich das nicht hochladen lassen. Dann war es immer noch leiser, habe ich es wieder auf privat gestellt. Die Leute waren völlig irritiert, liebe Schwestern und Brüder. Ja und dann habe ich es reingetan, extra fette Bemerkung vorne ran und plötzlich war es möglich. Eine Bemerkung darüber, dass man Kopfhörer benutzen soll und plötzlich war alles gut zu hören. Gucke ich ins Horoskop, war der Mars gerade vom Neptun weg, also er hat den Neptun gerade verlassen. Das heißt, der Neptun versteckt Töne. Insbesondere, wenn der Mars tönt und der Mars ist ja sozusagen die Erscheinung gewordene Form des Tones, wenn man so will. Im ersten Haus sind ja auch gern Sänger unterwegs, habe ich bemerkt, bemerken dürfen. Ja und interessanterweise ist zu dem Zeitpunkt, wo der Mars den Neptun verlassen hat, in dem allgemeinen mundanen Verlauf der Planeten auch ein interessanter Gegenstand wieder aufgetaucht. In meinem Chatkanal, Quatsch, in meinem Telegramkanal habe ich da schon ein bisschen was dazu gesagt. Da will ich demnächst auch ein kleines Video zu machen. War eine stundenastrologische Anfrage, sehr spannend, richtig Sherlock Holmes war das, ja. Ja, es geht um eine geklaute Kettensäge. Eventuell geklaut. Ja, okay. So, demnächst wird dann noch der dritte Teil erscheinen. Da machen wir dann nochmal eine neue Aufzeichnung und es hat auch nicht funktioniert. Da spricht mein Bruder über die Anwendung des unsichtbaren Skripts im Alltag. Unsichtbare Skript, also unser Heldenreisen. Er liest ja die Skripte von Situationen und von Menschen und so weiter, ohne Hilfsmittel, mit Kinesiologie und anderen Mitteln, Intuition. Aber auch, er liest auch die Skripte von Firmen und von Produkten und so weiter. Da wird er demnächst drüber sprechen. Wieder freie Zoom-Konferenz. Steht demnächst oder eigentlich heute Abend noch auf meiner Seite wahrscheinlich, wenn das Video draußen ist schon. Dann mache ich auch Stundenastrologie-Webinare in Kürze. Auf der Basis von Heldenreisenastrologie, also vom unsichtbaren Skript. Da liest sich nämlich manches einfacher und leichter. Und ansonsten anfragen Stundenastrologie weiterhin gültig auf Spende. Sage ich hinten was dazu. Und auch zu den Büchern und so weiter. Gut. Also, viel Spaß erstmal bei Annette Metz jetzt. Zweiter Teil der Aufzeichnung der Mini-Konferenz. Und ansonsten dann wieder bis bald. So, wie geht das jetzt aus hier? Ja, lieber Annette, dann hole ich jetzt Luft und übergebe jetzt das Wort an Annette Metz. Sie arbeitet mit geistigen Energien. Sie wird jetzt über ihre Arbeit erzählen. Und hier und da werde ich vielleicht dazwischen quatschen. Aber zuerst meine Frage an dich, lieber Annette. Kannst du uns kurz erklären, was du machst, aus welcher Ecke du kommst und was jetzt im Wesentlichen jetzt der Kern dessen ist, was du heute aus deiner viel breiter aufgestellten Arbeit, soweit ich das weiß, eigentlich ist? Heute willst du ja über ein Spezialthema sprechen. Okay? Gut. Also, wie gesagt, mein Name ist Annette Metz. Ich mache Beratung, Coaching und Energiearbeit für Frauen. Aber ab und zu verurte ich auch mal ein Mann zu mir. Aber ich arbeite halt größtenteils mit Frauen. Und ich mache, wie gesagt, verschiedene Sachen, verschiedene Methoden. Meistens ist es ein Mix aus allem. Also, je nachdem, was der Klient, der kommt, braucht. Das intuitiv kommt dann sowieso genau das, was gerade richtig ist. Und ich arbeite halt auch mit der geistigen Welt halt zusammen. Also, was Engel sind und Geistführer. Und hast du nicht gesehen, was es so alles gibt? Und das würde ich heute gerne auch zum Thema machen. Weil wir haben ja eine sehr herausfordernde Zeit. Man weiß nicht so genau, wo geht's hin. Viele wissen auch nicht, was sie als nächstes machen sollen. Und ich wollte heute mal mit unserer geistigen Mannschaft, die wir so in uns haben, ein bisschen an der Zukunft arbeiten. Dass wir da mal ein bisschen zielgerichteter hingehen, um zu gucken, was wollen wir eigentlich. Und das dann ein bisschen umzusetzen. Ja, das war das, was ich erst mal dazu sagen kann. Befriedig dich das erst mal. Ja, mich sowieso. Ich hoffe, alle anderen auch. Jetzt wisst man eigentlich hier alle, die jetzt eingeschaltet in der Kamera weiter eingeschaltet haben. Das ist eure Entscheidung. Links oben ist Annette. Wenn nicht, werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo im Chat kriegen. Man sieht sie immer noch nicht. Dann, na bitte. Alles gut. Sonst wäre ich jetzt wieder verzweifelt und hätte mich ja die Tischkanten rund gebissen. Weil ich keine Ahnung habe von Technik. Okay. Gut, man sieht sie. Super. Sorry. Doch, das halten wir. Okay, na dann, leg los. Was hast du vor? Wir haben es schon... Ich erzähle erst mal ganz kurz was über so unser geistiges Team, was wir unter uns haben. Vielleicht kennst du der eine oder andere schon. Super. Und dann machen wir so eine kleine, ja, so eine kleine Vision, so ein bisschen eine Mütung aus Vision und Meditation. Und wer mitmachen möchte, der kann gerne mitmachen. Und kann dann das für sich auch zu Hause immer noch mal öfter wieder mal reinschauen. Das, was wir heute so machen. Ja. Gut. Wenn Fragen sind, wie gesagt, einfach in den Chat schreiben. Und dann versuche ich, die dann zu beantworten. Ja, also ich gehe jetzt erst mal, wir haben ja, die geistige Welt ist ja riesig. Wir haben ja wirklich ganz viel Hilfe von der geistigen Welt, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, da ist gerade keiner. Wichtig ist es aber so, dass die geistige Welt oft uns nur zur Verfügung steht, wenn wir sie auch darum bitten. Also wir haben einen Schutzengel, der ist schon, manche haben auch mehr, das ist ganz unterschiedlich. Die stehen meistens rechts hinter uns. Und die sind schon die, die auch eingreifen, wenn es mal gefährlich wird. Aber die anderen, die wir so haben, warten meistens auf Anweisung. Die geistige Welt greift ein, wenn wir bitten, wenn wir in gewisser Demut mit ihr reden, wenn wir auch dankbar sind. Und die machen nicht einfach irgendwas. Deswegen ist es sinnvoll, wirklich mit denen zu reden, mit denen Kontakt aufzunehmen. Und ob man das denkt oder ob man das laut sagt, ist egal. Aber wirklich ganz klar zu sagen, jetzt brauche ich Hilfe, das Ziel habe ich oder das Problem habe ich. Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter, jetzt helft mir da mal. Und meistens ergibt sich dann irgendwas. Also ob das dann ist, dass man plötzlich in einem Buch eine Textstelle liest, die einem weiterhilft. Dass einem jemand irgendetwas sagt, wo man denkt, genau das ist die Info, auf die ich jetzt die ganze Zeit gewartet habe. Also es gibt da ganz verschiedene Sachen. Manchmal ist es auch einfach nur ein Zeichen, was einen an was erinnert. Und dann kommt man auch wieder in die richtige Energie zurück. So, dann haben wir die Geistführer. Die Geistführer sind so eine Art Berater, wie wir das so um uns haben. Also Unternehmensberater für unser kleines Unternehmen, was wir so um uns haben. Und die sind auch dafür verantwortlich, so Zufälle zu arrangieren. Also es sind glückliche Zufälle. Manchmal können es aber auch Zufälle sein, die einem jetzt nicht so gut gefallen. Weil die sind dafür verantwortlich, dass wir an unserer Lebensaufgabe dranbleiben. Dass wir unsere Lebensaufgabe erfüllen. Und wenn wir die ganze Zeit immer wieder von unserem Weg weggehen, dann wären wir dann sanft darauf hingewiesen, wo wir eigentlich lang gehen sollen. Und wenn wir da nicht drauf hören, gibt es dann mal einen Hinweis, der nicht mehr ganz so sanft ist. Das könnte dann unter Umständen auch mal ein Unfall sein. Oder dass uns was passiert, was uns überhaupt nicht glücklich macht. Da ist es gut, mal dahinter zu schauen, ob man, wofür es gut ist. Ja. Und die Geistführer können auch wechseln im Laufe des Lebens. Je nach Entwicklungsstand, können dann auch mal neue kommen. Wozu sagen, wenn man jetzt höher steigt mit seinem Wissen, mit seinen Erfahrungen, dann kommen auch neue, die jetzt wieder angepasst sind an das, was man jetzt machen soll, darf, kann. Und ja, also wie wenn man von der Unterstufe in die Oberstufe kommt in der Schule oder dann studiert, so kriegt man immer wieder andere Lehrer und das ist bei den Geistführern ähnlich. So, dann haben wir auch noch so eine Art Heilengel um uns, wo man auch mal bitten kann, die gesundheitlich, also wenn man gesundheitliche Probleme hat, dann können die einem auch helfen. Aber auch hier, wie gesagt, immer auf Anfrage. Die greifen nicht einfach ein, wenn man da nichts tut, nichts sagt. Wirklich sagen, ich will geheilt werden, weil es ist ja so, dass nicht jeder geheilt werden will. Es gibt ja auch viele Gründe, warum man krank bleiben will. Und das wird respektiert von der geistigen Welt. Ja. Wer sich damit beschäftigt hat ein bisschen, der weiß das. Gerade jemand, der sich mit Astrologie beschäftigt. Du findest sicher auch immer mal wieder Gründe, warum jemand nicht gesund wird im Horoskop. Ja, kann man ja auch sehen. Genau. Und dann gibt es noch geistige Helfer, die wirklich losgehen. Also die man mit Aufgaben betrauen kann. Die Christina von Dreim nennt sie zum Beispiel die Läufer. Also zum Beispiel die Leute, die dann immer sagen, ich brauche jetzt einen Parkplatz. Antigeistige Welt, mach mal. Das sind zum Beispiel die, die sowas in der Art machen. Also wenn man da irgendwas vorhat, ob geschäftlich oder so und so und so, kann man die bitten. Also gehen die los und erledigen das. Manche Dinge gehen schnell, manche Dinge dauern. Da muss man immer wieder auch selber dranbleiben. Und es ist auch so, wie du es vorhin ähnlich gesagt hast, hier bei der Astrologie, wenn bestimmte Sachen, die wir unbedingt wollen, aber nicht in unserem Lebensplan vorgesehen sind, dann werden wir die auch nicht bekommen. Ja, das muss man eindeutig sagen. Also wenn da immer wieder ein Ziel ist, was man unbedingt haben will und es geht gar nicht, dann ist es für einen unter Umständen nicht vorgesehen in diesem Leben. Das zu akzeptieren ist auch nicht immer lustig, aber es ist halt so. Und diese, ich nenne sie jetzt auch mal Läufer, denen können wir natürlich dann sagen, hier dieses Bild, so und so, das möchte ich haben, geht schon mal vor und arrangiert es. Und das ist gut, wenn man zu wissen, dass man so ein geistiges Team hat, weil man kann wirklich mit denen arbeiten. Dann gibt es natürlich noch viele andere. Man kann mit den Erzengeln arbeiten, man kann mit Krafttieren arbeiten, mit aufgestiegenen Meistern. Also da gibt es keine Grenzen mit den Beregini. Also alles, was man so hat. Und das kann jeder auch für sich tun. Manche ziehen ja auch Karten und gucken, was ist da heute? Jetzt kriege ich, sehe ich gerade eine Frage. Kannst du es lesen? Ist das ein Unterschied zwischen Geist, Volk, Materie und Engeln und Geist führen? Naja, so im weitesten Sinne würde ich sagen, ja. Weil wenn du dir vorstellst, was du haben willst, gibst deine Energie rein, gibst die geistige Welt, dann ist es ja so, dass es irgendwann in die Materie kommt. Also von daher ist es schon dieses, ja, dieses hier, was ja immer so gesagt hat, Energie folgt der Aufmerksamkeit natürlich. Wenn man ganz klar Anweisungen gibt in der geistigen Welt, kriegt man auch eher klare Ergebnisse, als wenn man so nicht klar ist und einfach so in den Tag sich hineindenkt, sozusagen. Ja, von daher, ja, ist richtig. Man hat dann bloß einfach noch ein paar Leute in der geistigen Ebene, die man sich da mit als Team zur Hilfe nimmt. Du musst es nicht alleine machen. Ich finde, das ist immer ein ganz gutes Gefühl, wenn man da weiß, da ist jemand, da muss ich jetzt nicht zehnmal danach gucken, die machen. Das sind Mitarbeiter, die funktionieren dann auch wirklich. Die muss man nicht kontrollieren und die brauchen auch nicht dreimal Pause oder Gehaltserhöhung, die machen. Aus die als Gehalt wollen ist wirklich Dankbarkeit, Demut und auch, ich glaube, gute Laune. Wenn man gut drauf ist und denen den Befehl gibt, wird das viel besser, als wenn man da um sich drum herumschimpft. Hier ist eine Frage, woher weiß ich, ob etwas, das sich nicht erfüllt wird, kannst du das sehen? Ja, kann ich sehen. Nicht auf meinem Lebensplan steht oder die Zeit noch nicht reif ist. Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Da rufen Ralf an, der soll mal in Stundenhoroskop gucken, wäre jetzt eins. Ich glaube, man kriegt mit der Zeit ein Gefühl dafür. Weil wenn ich jetzt so überlege, was ich noch so für 30 Jahre für Flausen im Kopf hatte, da sind viele Wünsche, die ich damals hatte, jetzt komplett unwichtig geworden. Mit der Entwicklung entwickeln sich auch die Wünsche und es gibt dann Dinge, die man vielleicht nicht bekommen hat, wo man dann, wie du vorhin schon auch gesagt hast, ein Glück, dass ich das nicht gekriegt habe. Das hätte mich jetzt behindert. Ob das jetzt ein Partner ist oder ein Beruf oder irgendwas Materielles, ich glaube, das ist egal in dem Falle. Aber, dass man das irgendwann schon vorher weiß, was auf dem Lebensplan steht, das ist schwierig. Das entwickelt sich mit der Zeit und man sieht es, man sieht es, glaube ich, im Nachhinein am besten. Oder irgendwann hat man das Gefühl, ach, nicht mehr so wichtig und dann entfällt das auch wieder und dann merkt man selber, dass es nicht mehr so ist. Vielleicht kann ich ganz kurz eine nette tun. Wenn du irgendwas hast, wo du dich unbedingt darum bemühst und du hast das Gefühl, es geht nicht richtig, du kannst es zum Beispiel auf deine Handteller stellen. Das kommt von Innerweiß, von dem Uwe Albrecht, der hat das mal irgendwann eingebracht. Du machst die Augen zu und nimmst zwei Handteller und sagst, auf dem einen Handteller stehe ich und auf dem anderen steht das Ziel. Und dann machst du die Augen zu und lässt dich einfach anmuten. Weil in der Regel entstehen da, und wenn sie unscharf sind, völlig egal, spontan irgendwelche Bilder. Und manchmal ist es so, wenn du selber auf dem einen Handteller stehst und auf dem anderen steht das Ziel, dann kannst du gucken, wie stehen die beiden zueinander. Manchmal ist es so, dass du dich selber wegdrehst. Oder das Ziel dreht sich weg. Oder macht sowas hier. Falsches Ziel. Das sind ganz klare Informationen. Du musst bloß, denn natürlich ist das auch mit der Zeit ein bisschen, ich sag mal, zulassen. Das kann helfen sowas. Da gibt es verschiedene Wege, wie man energetisch für sich testen kann. Es ist nur wichtig, dass man da auch, sagen wir mal, ein bisschen objektiv bleibt. Weil man kann sich da natürlich auch selber betrachten. Na klar, ja, ja. Immer das erste anmuten lassen. Ja. Oder eben zu dir gehen oder was und dann das hinterfragen lassen oder was auch machen. Okay. Ja gut, das war jetzt erst mal so zur Einführung kurz. Ich kann jetzt auch nur die Sachen anreißen, was gerade so ist. Ne, das ist schon cool. Ja, was ich jetzt gerne mache, jetzt hier mit der Lebensaufgabe, so diese Seelenbaumhoroskope, da kriegt man es, aber das ist dann für Frauen, was ist so meine Lebensaufgabe, da gucke ich dann gerne rein. Und ansonsten, ich glaube, kann man auch im Horoskop noch ein bisschen was sehen, was die Lebensaufgabe ist, wo man so ein, aber es gibt ja eben auch Sachen, die man gerne möchte, die noch nebendran sind. und ja, wie gesagt, das war dann schon. Ja, gut. Und darf ich mal zwischenfragen, wie bist du connected mit denen? Wie ist dein Internet? Kannst du, also es gibt ja Leute, die sehen sie, die können mit ihnen reden, die hören stimmen und manche hören auch Stimmen nach einem Glas Wein, das ist ganz egal, aber ich gehe mal auf dem Horos Wein weinen. Also ich sehe sie, also ich habe so ein inneres Seelen, ich sehe die, ich spüre die, ich rede auch mit denen und es gibt Zeiten, wo ich mal mehr, mit Kontakt habe, jetzt gerade so in dieser Corona-Zeit, hatte ich natürlich sehr viel Zeit, mit denen zu arbeiten. Wenn es dann so ein bisschen hektischer Alltag ist, dann ist das nicht ganz so präsent. Aber zum Beispiel, aber ich bedanke mich auch sehr oft. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Parkplatz direkt vor meinem Haus kriege, ich bedanke mich immer, auch wenn ich es gar nicht bestellt habe. Und wenn man in diese Dankbarkeit reingeht, kommen auch immer schönere Zufälle und dann passieren auch immer die Dinge, die richtig sind. Manchmal merkt man es wirklich erst hinterher, sagen, ach, dafür war das gut. Also so in der Nachbetrachtung merkt man dann erst mal diese Verkettung, die da ist, wie wichtig das alles gewesen ist, diese kleinen Sachen, über die man sich streckenweise dann vielleicht sogar auch noch geärgert hat. Aber ohne das wäre dann das und das nicht gewesen. Also wenn man dann ein bisschen mehr aufpasst, wenn man da so bewusst ist, dann kriegt man das immer mehr mit. Ja, das ist cool. Hast du noch eine Frage? Geben mir die geistigen Wesen das, was ich brauche oder das, was ich mir wünsche? Woher weiß ich, wann ein Wunsch nicht ist, was ich brauche? Also, ich glaube, dass wir das kriegen, was wir brauchen. Im Idealfall ist es auch das, was wir uns wünschen. Und wenn ein Wunsch nicht das ist, was ich brauche, wir erkennen es daran, dass es nicht in Erfüllung geht oder wenn dieser Wunsch erfüllt wird und du merkst, ich bin überhaupt nicht zufrieden, das bringt mir jetzt gar nichts. Der ist jetzt da, das hat sich gerade erfüllt und eigentlich dachte ich, dass ich jetzt komplett glücklich bin und du siehst, es hat dir überhaupt nichts gebracht. Dann weißt du, dass dieser Wunsch also nicht das war, was für dich vorgesehen war, aber dann hast du das gekriegt, einfach um es auch mal zu spüren. Nach dem Motto, überlege dir, was du dir wünschst, du könntest das bekommen. Ja. Genau. Ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass das Optimale kommt. Man wünscht sich irgendwas und es kommt nicht. Nun kommt was anderes und hinterher stellt man fest, ja Wahnsinn. Das ist ja perfekt. Das andere wäre gar nicht so optimal gewesen. Genau. Und zwar ist es immer wichtig, wenn man so einen Wunsch formuliert, dass man sagt, ich wünsche mir das und das oder das Optimale. Oder besser. Ja, oder besser, ja. Also Wahnsinn, was ich da schon erlebt habe, ja. Vor allem, es ist ja so, dass sich manche Dinge so erfüllen, auf die Idee würdest du gar nicht kommen, wie toll das noch sein könnte. Man ist ja so in seinen Vorstellungen gefangen und kann sich jetzt gar nicht vorstellen, dass das noch besser sein könnte. Und in dem Moment, da ist es gut, wie du sagst, oder optimal, aber, ja. Das ist noch eine Frage. Guck mal, da ist noch eine Frage gekommen. Kannst du die Frage sehen? Können sich auch negative Wesen reinmogeln? Also grundsätzlich negative Wesen können sich reinmogeln, die gehören aber nicht zu unserem Team, es sei denn, wir haben sie eingeladen. Also das gehen diese Elementale. Wenn jetzt zum Beispiel jemand immer wütend ist oder nur negative Sachen erzählt, der erschafft ja solche Elementale. Oder, was weiß ich, andere Leute, irgendwie anderen Leuten was Schlimmes antut. Ob das jetzt körperlich ist oder geistig oder was weiß ich. Der entschafft Elementale und die richten sich irgendwann gegen einen selber. Ja, das sieht man dann, wenn Leute, die wirklich sehr negativ sind, dann auch wirklich so aussehen. So negativ. Die Energie kriegt man zurück. Aber an sich, wenn du mit deinem Team arbeitest, da sind normalerweise keine negativen Wesen dabei. Wenn du natürlich mit der geistigen Welt in Kontakt trittst auf verschiedene Art und Weise, wie Leute, die channeln, die müssen dann schon ihren Kanal auch sauber halten, wenn die sich dann mit Wesen verbinden, die jetzt nicht direkt um dich sind, so als dein Team. Da muss man dann vielleicht auch schon schauen, da so eine gewisse Rituale vielleicht auch einzuführen, dass man sich schützt, sich sauber hält. Aber das kann man lernen. Und genau. Ja. Also ich glaube auch, meine Erfahrung ist auch, wie fast habe ich das so wahrgenommen, dahinter steht immer eine Einladung. Ja. Also es kommt nicht einfach unten böse Wichte, setz dich bei dir auf die Schulter und mach da Schabernack. Es steht eine Einladung dahinter, wenn man ehrlich ist. Man kann natürlich jetzt, wenn man clienten arbeitet, die Erfahrung wusste auch machen und gemacht haben, dass man, dass jemand fragt, ja, kann man den wegmachen, der stört mich und ich werde da, dies und das passiert mir immer. Das kann man angucken angucken und man sollte aber, wenn man ehrlich ist und wenn man sagt, wir wollen wirklich ehrlich arbeiten, weil ich will ja wirklich, dann will ich wirklich versuchen, dir zu helfen, dann sollte man auch hingucken, wo die Einladung von dir ist. Ohne Wertung, ist jetzt nicht böse gemacht. Aber sonst wird es bald wieder da sein. Es gibt ja auch so etwas wie Besetzung und das hatte ich auch in meiner Zeit sehr häufig und das ist auch oft, wenn wir so eine leere Stelle in uns haben, die wird dann von irgendwie so ein Hausbesetzer, wenn wir da um einen bestimmten Bereich in unserem Leben uns nicht kümmern, energetisch, da nicht hinschauen, dann gibt es da dann so einen Hohlraum und da kann sich dann auch mal so ein Wesen reinsetzen. Und da muss man dann auch schon mal mit dem Kontakt aufnehmen und zu gucken, was will der das denn sagen. Aber da kann man schon mit arbeiten. Genau. Ja, das ist wie mit alten, leeren Häusern. Wenn Häuser lange leer stehen, dann brauchst du, wenn du da reingehst, denkst du schon, oh, wahnsinn, was ist mir hier los. Ganz genau. Die ziehen einfach, die haben eine, ja, die haben einen Sog. Die Häuser leben ja auch, die sind auch traurig, ja, also ich habe das erlebt mit Grundstückenhäusern, wenn die geliebt und gepflegt wurden und werden dann verlassen und kannst auf das Grundstück gehen, dann fühlst du sofort die Trauer, wenn die mit den Menschen gut verbunden waren. Das ist Grundstück traurig. Kann man wahrnehmen, glaube ich, jedenfalls. Genau. Gut. Gut. Okay, hier ist noch was, glaube ich, eine Frage. Können wir die geistige Welt einladen, das aktuelle Skript für die Menschen dieser Welt zu beenden? Also zu beenden, wir können erst mal immer nur für uns gucken. Ich arbeite natürlich auch für die Welt, das muss ich sagen, aber man muss den Willen der anderen beachten. Also es gibt auch viele Menschen, wo ich mich jetzt noch wundere, was für Dinge die jetzt noch wahrnehmen, das muss ich zugeben. Wir können, sagen wir mal, so eine Einladung reinschicken, eine energetische, die können die Menschen annehmen. Oder man arbeitet einfach für die Erde, für die Welt, so ganz anonym und gibt da seine Energie rein. Und das aktuelle Skript, das ist mir jetzt gerade so ein bisschen zu eng, weil jeder Mensch hat ja sein Skript, wie das auch der Ralf da im Horoskop sieht. Und ich glaube nicht, dass es für die Welt nur ein Skript gibt. Ich glaube, da gibt es viele und die Menschen können sich entscheiden, in welchem Skript sie sein möchten. Und wenn du in dem Skript willst, wo es jetzt gut ausgeht, irgendwann, dann solltest du dich da drauf ausrichten. Und wenn du ein Skript haben möchtest, wo es dann noch 20 Jahre Krieg gibt, dann kann man sich auch da ausrichten. Aber ich glaube nicht, dass es nur ein Skript gibt. Von daher würde ich es nicht beenden nennen, sondern einfach zu sagen, jeder darf seine Wahl treffen von den diversen Skripten. Würdest du das auch so sehen, Ralf? Jein, ja. Vielleicht noch als Ergänzung, sagen wir mal so, statt jein. Ich glaube, die Skripte sind ja dazu da, dass man ihnen folgt, weil darin Erfahrungswege und Entwicklungsmöglichkeiten stecken. Und keiner steckt in einem Skript drin, in einem Drehbuch gewissermaßen. Der Held kann ja auch nicht irgendwie Minute 51 aus der Leinwand steigen und sagen, ich gehe jetzt an die Bar. Kein Bock mehr, hier nach Gold zu suchen oder irgendwas. Das heißt, wir haben uns für die Skripte auch entschieden. Und wenn man aus der Sicht des Egos, das Ego mal ein bisschen lockert und freier wird, ein bisschen hoch geht und nach oben sich setzt, weiter oben, guckt man oben rauf und sagt, ah, okay, das war jetzt eine Frage, meinetwegen, aus einer bestimmten Identifikationsdichte. Und aus der höheren Sicht ist es aber richtig wichtig, jetzt durch diesen steinigen Kurs noch zu laufen, in dem ich gerade drin bin, weil diese Erfahrungen sind super wichtig, nicht nur die Erfahrungen, sondern auch die Entwicklungen, die ich da mache, weil ich sonst nicht in die nächste Etappe komme. Das ist ganz wichtig. Und die Menschheit, glaube ich, sowieso, die ist jetzt auch gerade auf einem Weg, egal wie das sich jetzt noch alles entwickelt, da stecken ganz viele wichtige Erfahrungen drin und die Möglichkeit, Fähigkeiten zu entwickeln und Erkenntnisse zu machen, damit bestimmte Dinge nicht mehr passieren vielleicht. Und wenn man denen es jetzt wegnehmen würde, das ist ganz sicher nicht der Plan. Ich glaube, der Plan ist jetzt, die Menschheit so weit voranzubringen, dass danach vielleicht so eine Sachen, wie es in den letzten Jahrzehnten passiert, nicht mehr unbedingt so leicht passieren. Und das geht nicht, wenn man ihn kurz vor Schluss ist das Skript wegkommt. Ich glaube, es ist wirklich, dass jeder für sich einzeln entscheidet, ob er jetzt eher dramatische Entwicklungen braucht. Ja, da ist die Freiheit drin. Ich denke, immer wirklich, viele werden in Tomaten im Garten haken, wo vielleicht draußen um die Scheiben kaputt gemacht werden, wenn gar nicht davon mitbringen. Das ist ihre Entscheidung. Ja. Da haben wir schon Freiheiten. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein bisschen Kontakt mit unserem Team. Ja. Dann könnt ihr euch mal bequem hinsetzen. Ihr könnt die Augen schließen, wenn ihr wollt. Oder euch auch Notizen machen, wie ihr mögt. Also das entscheidet einfach selber. Mhm. Und zwar gucken wir jetzt einfach mal, wo würdet ihr denn, ich habe jetzt einfach mal Weihnachten genommen, wenn euch das nicht gefällt, nehmt einen anderen Termin. Wo würdet ihr Weihnachten gerne sein? Geht mal rein in das Gefühl, in den Gedanken, mit wem möchtet ihr an dem, an Weihnachten zusammen sein? Wo möchtet ihr sein? Wie wollt ihr euch fühlen? Und welche Gedanken habt ihr, wenn ihr so auf die letzten Monate, auf das Jahr 2020 zurückblickt? Welche Probleme habt ihr gelöst? Wenn ihr dann Weihnachten da seid, auf welche Probleme, die ihr gelöst habt, schaut ihr zurück. So, jetzt malt euch das mal so schön aus, wie es geht. stellt euch vor, mit wem ihr zusammen seid, was ihr gerade tut, dass ihr richtig glücklich seid, das alles gut überstanden zu haben. Und ihr wisst auch, wie es weitergeht. und wenn ihr das jetzt so richtig habt, dann macht mal einen Schnappschuss. Nehmt mal euren inneren Fotoapparat und macht einen Schnappschuss. Und diesen Schnappschuss nehmt ihr jetzt zurück wieder in die Gegenwart. den könnt ihr in der Hand bereiten, den könnt ihr euch in die Brusttasche tun, was auch immer. Ihr habt ja das Bild im Kopf. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, ihr steht an einer Kreuzung und der Weg dorthin. Der Weg dorthin zu diesem tollen Weihnachtsfest. Jetzt schaut mal an, wie viele Wege es gibt. Gibt es einen, gibt es mehrere. Und dann schaut mal, zu welchem Weg ihr euch hingezogen fühlt. Wie sieht er aus, der Weg? Fühlt er sich gut an? Sieht er eher ein bisschen schummerig aus? Schaut mal rein, welcher Weg euch anzieht und dann geht genau dorthin und geht diesen Weg. Und dann bittet euren Schutzengel, der hinter euch steht, auf diesem Weg auf euch aufzupassen. Stellt euch vor, dass dieser Schutzengel jetzt seine geistige Hand auf eure rechte Schulter legt, so dass ihr jetzt wirklich das Gefühl habt, da ist jemand, der auf mich aufpasst. Und dann spürt mal rein, wie sich das für euch anfühlt. Wenn da jemand ist, der aufpasst, der da ist für euch. Und dann bedankt euch bei diesem Engel und dann geht mal diesen Weg. Und dann schaut mal, ob Ängste hochkommen, ob negative Gefühle hochkommen. und wenn das so sein sollte, dann schaut mal, wo im Körper spürt ihr das? Spürt ihr das negative Gefühl? Ob das jetzt Angst ist, ob das einfach ein negativer Gedanke ist an die Zukunft? Schaut einfach, wo im Körper spürt ihr das? und aus diesem Teil von eurem Körper oder eurem Energiefeld, da kann es auch sein, nehmt ihr das einfach mit der Hand raus, übergebt das eurem Schutzengel und bittet ihn, das Ganze aufzulösen. Und wenn ihr spürt, da ist noch mehr, dann gebt ihm das auch und bittet ihn darum, das so Universum aufzulösen, zu transformieren. Und dann habt ihr jetzt einige leere Stellen oder auch nur eine und dann überlegt mal, welche Qualität ihr genau dort jetzt braucht. Es ist Liebe, es ist Vertrauen, es ist Mut und dann lasst ihr euch vom Universum von der göttlichen Quelle mal genau die Qualität oder die Qualität dann geben, die ihr jetzt braucht. Stellt euch dafür, haltet die Hände auf, wie der Sternthaler und diese Qualität fällt euch in die Hände hinein und dann legt ihr sie genau an die Stellen, wo ihr vorher diese unangenehmen Gefühle oder Gedanken rausgenommen habt. Und dann atmet ihr ganz tief ein, zieht diese Qualität in euren Körper, in euer System rein und beim Ausatmen stellt ihr euch vor, wie sich das Ganze im ganzen Körper ausbreitet. Und beim Einatmen wieder aufnehmen und beim Ausatmen durch den Körper strömen lassen bis ins Energiefeld. so lange bis ihr das Gefühl habt, jetzt ist es genug. Und dann achtet mal drauf, wie ihr euch jetzt fühlt. Und dann dürft ihr den Satz denken, ich bin geschützt. Danke. Dann nehmen wir jetzt mal Kontakt mit den Geistführern auf. Also oft sind es zwei, es können aber auch viel mehr sein. Das klingt immer so auch vom Entwicklungsstand ab. Es ist auch völlig egal, wie viel das sind. Bittet jetzt mal die Geistführer, sich euch zu zeigen. Vielleicht bekommt ihr ein Bild, wie viele es sind. Vielleicht bekommt ihr auch nur ein Gefühl. Alles ist in Ordnung. Und dann bittet die Geistführer, euch auf dem Weg zu begleiten und euch eure Lebensaufgabe näher zu bringen. Das, was wirklich zu euch gehört. Und dann spürt mal in euer Herz hinein, was genau sich da so zeigt, was für Gefühle, was für Gedanken, was für Bilder kommen da. Was zieht euch wirklich an? Was ist fürs nächste halbe Jahr wichtig? Ich kriege gerade einen riesen Energieschub hier. Und dann bittet diese Geistführer, euch wirklich mit Energie zu füllen, dass ihr wirklich euren Weg geht und nicht den von jemand anderem. Den von jemandem, der euch einredet, was ihr tun müsst, was ihr sein sollt, wie ihr euch anziehen sollt. und spürt einfach rein, was ihr seid, was für euch wichtig ist. Und wenn euch das gerade nicht glücklich macht, dann war es jetzt nicht das, was zu euch gehört. Schaut dahin, wo was das Herz zum Singen bringt. Und bitte die Geistführer, euch genau das zu zeigen, was da zu euch gehört. Und die begleiten euch auf eurem Weg. Meistens sind die auch hinter uns. Und dann schauen wir noch mal die Läufer. Jetzt habt ihr dieses Bild. Zeigt mal euren Läufern genau das Bild. So möchte ich meinen Weihnachten feiern. Und dann bittet sie, all das zu arrangieren, damit ihr genau das erreicht. Sagt denen, mit den Menschen möchte ich zusammen sein. Da möchte ich sein. Und das und das Problem möchte ich bis dahin erledigt haben. Da möchte ich eine Lösung gefunden haben. Und dann bittet die darum, euch zu helfen, diese Lösung zu finden, einen Weg zu finden. Wenn es jemanden gibt, den ihr braucht, um eure, euren Weg jetzt zu gehen, um das zu erreichen, also wenn ein Impuls von einem anderen Menschen kommen muss, dann könnt ihr eure Geistführer bitten, dass die mit den Geistführern dieser Menschen Kontakt aufnehmen, um dem anderen Menschen vielleicht einen Impuls zu geben, mit euch Kontakt aufzunehmen, wenn ihr das selber nicht tun könnt. Das wäre auch ein Vorschlag, was ihr noch mit reinnehmen könnt. Schaut einfach, einfach mal nach. So, dann geht euren Weg weiter. Hinter euch der Schutzengel, die Geistführer, vor euch die Läufer. Und dann bittet darum, dass die geistigen Wesen jetzt noch zu euch kommen, die ihr noch braucht, zur Erfüllung eurer Aufgabe, zur Realisierung dieses Ziels. Und das kann sein, ein Erzengel, ein Krafttier, eine Beregini, ein aufgestiegner Meister. Schaut einfach da mal rein. Wer sich da jetzt nicht auskennt, das muss keiner, schaut einfach, was kommt. Manchmal kann es jetzt auch nur ein Gefühl sein, eine Qualität von Wesen. Nehmt das einfach wahr und ladet jetzt die ein, die euch wohlgesonnen sind und die euch helfen können. Und dann gebt jetzt mal den Satz in die Runde auf dem Weg Ich will das. Und dann spürt mal rein, ob das wirklich so ist. Wenn ihr ein Gefühl habt, das ist noch nicht rund, das ist nicht wirklich das, was ich will, habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, das Bild zu ändern. Und dann sagt wieder zu euch den Satz Ich will das. Und dann spürt, ob das stimmt. Und dann gibt das gibt den Satz hinein Ich erlaube Veränderung und spür wieder rein. Ist das auch so? Erlaubst du wirklich die Veränderung? Und wenn du dich noch zurückhältst mit der Veränderung, dann spür wieder rein, wo in deinem Körper ein Symptom kommt, sich was anfühlt. Nimm das wieder hinaus, gib es dem Schutzengel, dass er es transformiert. Und lass dir von der geistigen Welt eine Qualität geben, vom Universum, von der Quelle, die du dort lieber haben möchtest. Den Mut zur Veränderung, Vertrauen ins Leben. Lass das dort wieder einfließen, dann atme es tief ein, lass es im Körper sich ausbreiten. Und dann sag dir nochmal den Satz Ich erlaube Veränderung. Und schau, wie es sich jetzt anfühlt. Und dann gebt dir selbst das Versprechen, ich tue alles Notwendige, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann spür mal rein, ist das so? Wenn es noch nicht so ist, dann spür mal rein, was du vielleicht noch brauchst, bevor du an dieses Ziel rangehst. dann ist es vielleicht an der Zeit, sich kleine Etappen zu machen. Und erst mal die erste Etappe zu erreichen. Also setz dich nicht unter Druck, sondern dann steckt dir ein kleineres Ziel, was du gut erreichen kannst. Und dann schau mal, wenn du dir wieder sagst, ich tue alles Notwendige, um dieses Ziel zu erreichen. Fühlt sich das besser an? Und dann denke jetzt wieder an dein Ziel, wo du am Weihnachten bist, wie du dich fühlen willst. Und dann sage dir den Satz Ich bin das. Ich bin. Und wenn du das mit einem guten Gefühl sagen kannst, bist du dort angekommen. Und dann speichere dieses Gefühl, was du da hast, wenn du dort angekommen bist, jetzt ab. Vielleicht nimmst du jetzt irgendeinen Gegenstand in die Hand, den du dann später mit diesem Gefühl Ich bin da angekommen, verbinden kannst. Und immer wenn du den wieder in die Hand nimmst, hast du so einen Anker. Da möchte ich hin. Und da komme ich an. Ich bin das. Und vielleicht, wenn du gerade mal keinen so guten Tag hast und du nimmst es in die Hand, und dann kannst du wieder lächeln, weil dann hast du wieder dieses schöne Bild und das schöne Gefühl. Und dann atme noch einmal tief ein und aus. Und dann kannst du in deinem Tempo ganz langsam wieder zurückkommen zu uns und deine Augen öffnen. Und dann kannst du dir Vielen Dank. So, sind alle wieder zurück? Ich will jetzt nicht hier einfach. Ja, gerne Heidi. Gerne. Danke Bettina, freut mich. So, ich hoffe es geht euch gut. Ja, gerne Monika. Wer noch Fragen hat, kann die jetzt gerne noch im Chat schreiben. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wie geht es dir, Ralf? Gut. Ja, super. Wirklich sehr, sehr hilfreich und ergänzend, das nochmal so aufzufächern, weil wenn man so konkrete Wesenheiten anspricht, kann man viel besser kommunizieren. Ja. Ja. Das werde ich jetzt auf alle Fälle sehr mit reinnehmen in meine Meditation, was ich so mache. Super. Ja, wir lernen ja alle voneinander. Ja, ich bin ganz happy. Super. Ja, gut. Freut mich. Weil ich ja immer so ein Pläne-Schmieder bin. Wie bitte? Weil ich ja immer so ein Pläne-Schmieder bin. Ja, du bist ja auch ein Mann. Du bist ja zielfokussiert. Du musst ja auch so sein. Ja, das ist ja diese männliche Art und Weise. Ja. Und... Wenn nicht gerade das Chaos herrscht. Ja, gut. Du bist ja ein kreativer Chaot. Da ist es ja auch wieder gut. Ja, genau. Aber jetzt dieses... Ich finde es gerade so wichtig, weil diese Zeit ist manchmal so herausfordernd. Es wird so viel Angst gemacht, so viele negative Nachrichten auch gerade verbreitet. Dann geht auch jetzt die alternative Szene. Jeder geht sich jetzt irgendwie an den Kragen. Jeder macht jeden gerade schlecht und man weiß gar nicht mehr, was man jetzt alles glauben soll. Und da diesen Fokus drauf zu haben, ich habe es überstanden und dann fühle ich mich gut. Dann baut man so eine Brücke über diese komische Energie drüber. Und das fand ich jetzt irgendwie gerade wichtig. Ja. Ich glaube, also... Gut, nun bin ich klar, ich bin ja mit der männlichen Energie unterwegs. Aber ich glaube schon, es ist ganz gut, irgendeine Vision oder ein Ziel zu haben. Ja. Selbst wenn es noch nicht das Perfekte ist oder das Gute und das Richtige, aber ein Ziel und eine Vision, so ist es bei mir zumindest, erfüllt einen. Ja. Und das hat ja mal so drei Schritte. Das erste Drittel ist schwierig, dann kommt langsam vom Ziel was zurück. Das Ziel ist ein lebendiges Wesen in meiner Wahrnehmung. Und im letzten Drittel geht man zusammen dynamisch vorwärts oder es entwickelt sich sehr dynamisch. Und was ganz wichtig ist, ist für mich aber ein Ziel oder eine Vision erfüllt uns. Und wenn wir erfüllt sind, dann ist der Laden dicht. Da ist drin viel Betrieb. Da kommt keiner von draußen mit irgendwelchen Nachrichten und kann nur zwischengrätschen. Das kommt ja nicht rein, weil wir haben zu tun. Lasst uns mit den Nachrichten in Ruhe. Wir haben hier ein Projekt, das ist wichtig. Und wir werden den Raum ausfüllen. Eure Nachrichten können jetzt nicht rein. So geht es mir. Man wird dann, das ist so ein bisschen Immunität. Das ist wie so ein Schutzmantel auch. Und das ist dann auch wie vorhin diese Frage mit diesen negativen Energien. Die lässt man dann, weil man in so einer guten Stimmung ist. Die kommen da nicht rein. Die haben da keine Lust drauf. Die kommen nur, wenn man Angst hat oder wenn man in einer negativen Schwingung ist. Wenn man freudig ist, dann kommen die gar nicht. Die Erzengel sind die etwas höher Angesiedelten, wie jetzt Raphael und Michael, Jurel, gibt es noch mehr, Gabriel. Das sind die Erzengel. Also ich sage das jetzt so als Hierarchien. Es gibt eigentlich in der geistigen Welt keine Hierarchien wie bei uns. Das ist schon alles irgendwie auf einer gleichen Ebene. Die haben noch andere Aufgaben. Aber die Erzengel haben eine bestimmte Qualität. Und die normalen Engel sind halt deine Engel, die du selber hast, sind halt nur für dich da. Die Erzengel sind für alle da. Die kann man auch immer noch dazurufen. Also wenn du jetzt zum Beispiel was trennen möchtest, ist der Michael zum Beispiel gut. Auch für Schutz. Oder der Uriel, wenn du was transformieren möchtest. Der hat ja seine große Flammenschade. Da arbeite ich auch manchmal mit. Da kann man alles reinschmeißen. Das wird dann transformiert. Ich wollte die jetzt bloß nicht auch noch hier reinbringen. Das wurde mir jetzt zu unübersichtlich. Aber mit denen kann man auch sehr, sehr gut arbeiten. Oder der Raphael, der Heilerengel. Das geht auch. Genau. Ich finde ja auch diese Vorstellung so toll, dass es so viele Helfer gibt. Also jede Menge, jede Menge. Ja, das finde ich ganz fantastisch. Also das war gerade so ein besonderer Moment. Man fühlt sich ja oft so alleine. Auch gerade, wenn man so sieht, was gerade los ist. Und wenn man mit denen arbeitet, wenn man die wahrnimmt, wenn man das weiß, dann ist man nicht mehr alleine. Egal wo man ist. Und da fühlt sich das wieder toll an. Ja. Genau. Und dann kannst du die vorschicken. Ja. Absolut, ja. Man kann da auch mal schimpfen und sagen, hier, wisst ihr, das und das ist mir wieder passiert. Und dann passiert auch oft was Lustiges und man kommt aus dieser Schwingung raus. Und die helfen einem auch, aus dieser Schwingung rauszukommen. Ja, wenn man sich doch mal geärgert hat oder traurig ist oder keine Ahnung. Ja, auch diese Vorstellung einfach in so einem Team zu sein oder so ein Team zu haben. Ein Team zu haben, das ist wichtig. Weil du bist der Chef. Das darfst du nicht vergessen. Es ist dein kleines Unternehmen. Ja. Und du bestimmst, was da passiert. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also da ist nicht, die machen jetzt für mich was. Nein, du bist der Chef. Und wenn du nicht sagst, wo es lang geht, dann sitzen die rum und warten. Ja. Hallo, Annette, hier Stefanie. Kann ich mal eine Frage stellen? Ich fand das gerade, es war sportlich schnell für mich gerade. Ich weiß, wir haben nicht so gefeiert. Alles gut. Nein, alles gut. Ich finde das total spannend und ich kann ihm gut folgen. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass mein erster Impuls war eine Reise, eine ganz bestimmte Reise. Und mein zweiter Impuls, als du gesagt hast, frag noch mal rein, ob das wirklich stimmig ist. Da kam für mich was ganz Bodenständiges. Also ein Umzug und eine neue Wohnung zum Beispiel, was jetzt gerade irdisch sehr wichtig ist für mich und meine Tochter, sage ich jetzt mal. Und ich habe gemerkt, wie ich anfange zu zweifeln in dieser ganzen Situation. Und wie komme ich dann tatsächlich, weil das ist ganz schön gewesen, das passt zu dem Beispiel, was ihr vorhin mit den Handflächen hattet. Wie komme ich dann tatsächlich an das Gefühl nochmal ran, ob es wirklich meins ist oder ob ich dann mehr in dieses irdische Denken gehe. Na ja, du hast ja noch da Verantwortung und das wäre ja besser und das wäre ja, also weißt du, wie ich das meine, weil das waren total konträre Bilder, die ich hatte. Also da kann ich jetzt erstmal nur eins sagen. Vielleicht ist beides für dich wichtig, aber der Umzug ist das Erste, was wichtig ist. Und die Reise soll erst danach kommen. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Ja, verdammt! Ja? Ich habe es nicht. Gut, das ist die Antwort, die du nicht hören wolltest, alles klar. Das Zweite ist, wenn du das mit der Handfläche... Es gibt auch so Sachen, wo ich denke, belüge ich mich jetzt gerade selber, weil ich das jetzt will. Du kannst dir auch vorstellen, du stehst an der Wegkreuzung und links geht zum Beispiel die Reise und rechts ist jetzt der Weg. Zum Umzug. Ja. Und dann guck mal, wo fühlst du dich denn eher hingezogen? Nimmst du deine Tochter an die Hand und dann spür mal rein, wo geht es denn, welcher Weg ist heller? Ist der eine dunkel und sieht der merkwürdig aus? Ist der andere breit und offen? Dann, glaube ich, ist es eindeutig. Ja, genau. Also es kam direkt, als es gesagt ist mit dem Weg, kam direkt das, was eigentlich stimmiger ist. Was du auch noch machen kannst, das ist auch gut. Da kann man sich nicht so betrügen. Nimm mal zwei A4-Blätter und schreib auf den einen die Reise und auf den anderen deinen Umzug oder was du da auch immer noch gesehen hast. Ja. Dreh die zwei um. Leg die vielleicht eine Stunde weg, dass du nicht mehr weißt, welcher oben ist. Vielleicht legst du auch noch einen dritten Zettel dazu, wo irgendwas anderes draufsteht, was du vielleicht niemals machen würdest. Legst du verkehrt rum auf den Boden, sodass du nicht weißt, wo was ist, dann stell dich mal drauf und dann guck mal, was bei dir abgeht. Okay. Wenn du dir alles angeguckt hast, machst du dir Notizen, was da sowas so gefühlt hast. Weil manchmal merkt man sich dann nicht, wenn man irgendwie so von Gefühlen so überrannt wird. Und dann guck mal drunter, was da steht. Das ist eigentlich auch immer eine gute Methode, um sich klar zu merken. Total spannend. Danke dir. Bitte. Manchmal hilft auch, so kenne ich das von mir, wenn ich so mehrere Optionen habe und ich weiß noch nicht, welche die richtige ist. Das ist dann einfach eine Unsicherheit. Dann sage ich immer, ich muss drüber schweben. Es ist wirklich so, als wenn ich wie so ein Fluggerät oder was immer über den Optionen immer mal so schwebe. Ich mache da keinen Druck, ich gehe zwischendurch Kaffee trinken und manchmal vergehen noch zwei Tage. Und ich schwebe drüber. Auch bei stundenasthologischen Fragen ist es manchmal so, dass ich denke, oh, ich gucke gerade wie ein Schwein ins Uhrwerk. Ich blicke nicht durch. Das gibt es echt. Und dann lasse ich mich, das ist so ein paar Gedanken anmuten, lasse es wieder fallen, lasse es wegrutschen und schwebe drüber. Und es geht manchmal so ein Prozess, wenn mehrfaches drüber schweben wir rankommen. Und irgendwann, weil da gibt es ja noch andere Instanzen, die Mitarbeiter haben, ich grüße das Köpfchen. Und irgendwann spürst du ganz klar, was richtig ist. Das ist dann das Wissen, was dann einfach eine Zeit lang brauchte, bis es klar hochkommt. Und dann gibt es auch keine Fragen mehr. Aber wenn man sich damit beschäftigt, auch wenn man diese Botenanker macht oder das mit der Hand, man gibt da mit der geistigen Welt jetzt auch so einen Impuls, ich muss mich entscheiden, helft mir. Das kannst du auch extra noch sagen. Ich sehe jetzt gerade noch eine Frage, sind Ahnen Geisthelfer? Ja, ist durchaus möglich. Auch die stellen sich manchmal zur Verfügung, helft mir. Die Ahnenreihe können wir uns übrigens auch noch mit zunutze machen. Gerade wenn wir Power brauchen, dann geht das auch noch mal mit zusätzlich. Ja. Aber so eine Entscheidung, wenn man die nicht sofort haben will, also diese geistige Welt arbeitet ja in ihrem eigenen Tempo. Da wird man nicht anrufen und sagen, du, ich brauche mal eine Entscheidung. Sag mal, das wird nicht pressieren. Da wird dann irgendwann ein Gefühl kommen oder ein Hinweis und dann irgendwann weiß man es, wie der Ralf schon sagt. Ja. Aber was ich total spannend fand, Annette, was gerade bei rausgekommen ist bei mir in dieser ganz kurzen Sequenz, ist das Thema, dass ich das kann. Also bei diesen beiden Wegen gibt es einmal eine Instanz, von der ich sozusagen Geld bekommen würde für diese Reise. Und bei der anderen Entscheidung kommt es mehr aus mir heraus. Also dass ich das aus mir heraus kreiere und schaffe durch mein Tun, durch meine Arbeit, wie auch immer. Und das fand ich jetzt gerade total spannend, weil ich für mich festgestellt habe, vor allem in dieser Zeit, die wir jetzt gerade durchmachen oder erleben dürfen. Ich finde es total spannend, so verrückt, wie es ist, aber ich finde es total spannend. Ich habe 98, nee, 89, da war ich ein bisschen kleiner, war ich erst neun. Das habe ich nicht ganz so mitbekommen, aber ich finde es gerade total wichtig. Das fand ich sehr, sehr beruhigend und liebevoll und erfüllend für mich. Das würde ich dir mal sagen. Das fand ich, ist ein großes Geschenk. Ja, wirklich. Und wir müssen uns unbedingt mal treffen, weil ich bin auch aus Leipzig. Ach, na super, na wunderbar. Ja, ja. Meine Adresse ist auf meiner Webseite, du kannst mich dann auch gerne anrufen. Ja, das machen wir mal. Bei dir ist ja Nomen ist Omen, das Herz, also da aus dem Herzen heraus. Und da spürst du wirklich, das ist meins. Auch wenn dir jemand anderes das Geld für die Reise gibt, was natürlich verlockend ist. Das sind ja auch die kleinen Prüfungen, die wir so kriegen. Ja. Lässt du dich ablenken oder gehst du deinen Weg. Man wird schon immer mal auch geprüft. Und dann geht man den Umweg, das ist auch nicht schlimm. Dann geht man halt wieder irgendwann auf seinen richtigen Weg. Braucht dann halt mal länger. Denkt immer auch daran, die Heldenreise oder der Weg, jeder universelle Weg. Da tauchen immer die Schwellenhüter mit auf. Ja. Das sind quasi Rollenfelder, ob da jetzt ein Schutzengel oder ein Geistführer drinsteckt oder auch irgendwer aus der Nachbarschaft. Das ist ganz egal. Es gibt halt in der Reise, in jeder Entwicklung diese Rollenfelder, die sich Mentor nennen oder Schwellenhüter zum Beispiel. Und die haben ganz bestimmte, wenn man so will, dramaturgische, in dem du gerade bist, dramaturgische Aufgaben. Ja. Und der Schwellenhüter, der hat immer die Aufgabe, den Helden auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Ja. Manchmal sagt der Schwellenhüter, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe. Du brauchst jetzt drei Tage und dann musst du dich entscheiden. Die drei Tage, für so eine Grenze legst du fest, bis damit die Entscheidung stimmt. Manchmal sagt der Schwellenhüter, du musst in zwei Monaten anderthalb Kilo mehr Muskeln haben. Sonst kommst du nicht in die nächste Etappe rein. Du musst halt ins Fitnessstudio gehen. Oder er sagt, du musst Kohle besorgen, du musst eine Idee entwickeln, die du anbieten kannst. Und der Schwellenhüter, der steht immer vor einem Bereich im Leben und hat zwei Funktionen. Nämlich den Helden vor dem Bereich zu schützen, weil der Held ohne eine bestimmte Entwicklung, die ihm der Schwellenhüter aufgibt, den nächsten Bereich nicht gut durchstehen würde. Oder er schützt quasi den Bereich vor dem Helden, weil der Held in dem Bereich vielleicht was kaputt machen würde, weil der einfach die Fähigkeiten nicht hat, sich dort einigermaßen unabhängig von Elefantenstil zu bewegen. Ja. Da brauchst du was gucken. Die Schwellenhüter, die tauchen auf und geben dir halt meist Entwicklungsaufgaben. Und das ist immer ganz konkret. Ja, ich finde das auch so spannend, wenn man euch beide jetzt hört. Also ich mache das auch sehr gerne, Dinge zu kombinieren. Ich finde das so schön. Also ich bin Stier, Astin, den Steinbock. Ich glaube, ich stecke bis zum Hals in der Erde und bin sehr kopflastig. Ich finde das total wichtig, dass man... Bitte? Hoffentlich nicht. Das ist ja ein heftiges Bild. Ich grabe mich. Ja, ich nehme das aber wirklich leicht. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch und schlimm. Aber ich finde es total schön für mich jetzt in diesem Fall, diese beiden Dinge zu kombinieren und die Leichtigkeit und die Logik und das zusammenzubringen und dann das mit meinem Gefühl in Abstimmung zu bringen. Und dann habe ich wieder dieses Thema, ich habe das bei mir und ich habe die Verantwortung für mich. Und das finde ich so schön, wie ihr arbeitet, dass ihr immer wieder versagt, die Verantwortung liegt bei euch. Es ist eure Entscheidung. Wir sind nur rechts und links mit dabei. Das ist total schön. Ja, aber Stefanie, wenn du Steinbock-Assistent bist und Stier, dann müsstest du ja irgendwo im vierten, fünften Haus die Sonne haben, oder? Die scheint mir meistens aus dem Hintern, kann ich dir so nicht sagen. Also jedenfalls, so wie du rüberkommst, kommen sie schon ein bisschen löwemäßig rüber. Da muss irgendwie die Sonne vielleicht irgendwo im fünften Haus rumwackeln. Da ist schon ein bisschen Kraft da. Also so viel, zwar Erde ist hübsch und so, aber die Häuserbesetzung der Planeten, die zeigen oft die individuelle Handlungskraft an. Ja, oder? Ja. Die Sonne im fünften Haus, die hat eine gute Löwequalität. Aber die Kraft, genau, die Kraft spüre ich sehr doll. Und dann den Schritt zu wagen, diese Kraft auch wirklich zu nutzen und vor sich selber nicht einzuknicken, das ist, glaube ich, gerade so mein Thema. Aber ich finde es schön, dass du mir das nochmal so sagst. Also man merkt ja, man weiß ja, was da ist. Aber dann eben nicht den Umweg zu gehen, sondern direkt zu sagen, jetzt, Power nach vorn. Da, ja, das ist so ein Schwellenhüter, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, wie du das so schön genannt hast, der mich dann nochmal so ein bisschen ranbringt. Mit den Worten unserer großen Geschäftsführung zu sprechen, du schaffst das. Ja. Ja, okay. Ja, gut, da ist die Zeit auch schon wieder um. Das ging ja echt schnell heute. Ja. Dann vielen Dank, dass ihr so mitgemacht habt, so zahlreich. Spaß gemacht. Danke, Ralf, als Gastgeber. Ja, bitte, gerne. Ja, auch meinerseits vielen Dank an alle. Finde ich cool. Hier wächst ja auch, wenn derzeit nur virtuell, erstmal so ein gutes Netz ran. Das sehe ich schon seit Wochen, dass es langsam reift. Ich verweise bloß noch auf morgen Abend, 20 Uhr, gleicher Kanal, gleiche ID, die Zoom-ID, wird mein Bruder Ingo, der konnte heute nicht, der war verhindert, der hat einen Termin gehabt, wird er über das unsichtbare Skript sprechen, das System und vor allen Dingen eben, wie man das lesen kann, auslesen kann im wahrsten Sinne des Wortes, auch ohne Karten, weil die haben wir noch nicht, wenn wir noch keine Firma haben, die die Dinge auch verschickt und sowas. Der setzt sich also wirklich hin vor eine Grafik, eine Grafik, die er entwickelt hat, das ist ähnlich wie ein hohes Druck, sitzt ein Klient ihm gegenüber, der sagt kein Piep und sagt, sagt bitte nichts, ich gucke mir das an. Und dann fängt er an, da reinzugucken und zu testen und hier ist eine Mücke. Und ob es eine Firma ist, ob es ein Produkt ist, ob es ein Projekt ist, völlig egal. Immer das gleiche Prinzip und dann kann er da Begabungsfelder rauslesen, er kann rauslesen, wie stark bestimmte Begabungs- oder Fähigkeiten oder Potenziale schon gelebt werden, wo und wann sie blockiert sind, ja, wo die, es gibt meist mehrere Punkte, die besonders betont sind in den Fähigkeiten, in welchen Etappen jemand seine Stärken hat, Info-Schwächen und so weiter. Und wir haben es verglichen mit Horoskop, Stundenhoroskop zum Beispiel, er hat ein Produkt ausgegeben, was veröffentlicht werden sollte, ein Getränk, das ist jetzt erstmal, hat nicht geklappt wegen der Krise. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das Horoskop auf den Zeitpunkt, das waren sechs Monate im Voraus, und er hat es ausgelesen. Und es war frappierend, wie das, was er dort reingezeichnet hat in die Grafik, mit dem Stundenhoroskop dieser Veranstaltung korrespondiert hat. Also es gibt viele Wege, die nach. Warum für? Sprechen wir da von Alkohol? Bitte? Sprechen wir da von Alkohol? Was? Von dem Getränk? Es ging um ein geistiges Getränk, ja. Ein spezielles Partygetränk mit einer fast schon alchemistischen Rezeptur. Von einem echt coolen Typen, der das erfriemelt hat. Ja, ist ein echt netter Typ, der hat ein echtes Händchen dafür. Du bist ja im Kreis, du hast dann die Informationen. Du kennst ja Ingo auch, ne? Ja, genau. Und ich finde auch, also das vielleicht mal für alle anderen, ich habe mit Ingo gearbeitet, ich habe mit Ingo in meiner Praxis ein Seminar gemacht mit diesem Skript. Und es ist wirklich beeindruckend, wie die einzelnen Personen sich selber um Meilen näher kommen. Das sind wirklich sieben Meilenstiefeln, dass man da so nah an sich rankommt. und so vieles versteht. Und das ist großartig, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und es ist wirklich sehenswert morgen. Und sehr, 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 sehr praxisnah und sehr, sehr eng. Das finde ich gut. Gut. Und bitte erschreckt morgen nicht, das ist nämlich mein Zwillingsbruder. Nicht, dass er denkt, ich rede schon wieder. Er hat aber einen Bart. Aber du bist morgen auch dabei, oder? Ja, sicher. Ja, klar. Dann sehen wir uns morgen. Ich bin der Läufer morgen. Ralf, kannst du noch einen Kaffee holen? Ja. Ich weiß bloß, wie ich ihn dir bringen soll, weil du bist so weit weg. Ja, das geht schon. Ja. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Und dann vielleicht bis morgen. Genau, vielleicht bis morgen. Dann mache ich jetzt schon mal die Aufzeichnung, jetzt hier beende. Sag danke an alle. Das Ganze werde ich, wie gesagt, jetzt nochmal durchgehen und schneiden und cutten. Und in den nächsten Tagen, ich denke mal am Wochenende spätestens, entweder in zwei Teilen oder zusammen auf dem Kanal ist dann frei. Okay, das war es für heute. Denkt dran, bei Interesse mal den Newsletter zu abonnieren bei mir. Dann müsst ihr mich bitte anschreiben. Ansonsten gibt es den Telegram-Kanal. Da stelle ich jetzt auch wieder öfter was rein. Es gibt auch die kleine Chatgruppe. Kleine Chatgruppe, sehr, sehr rege, die Menschen, die Teilnehmer da. Und die beiden Bücher habe ich schon jetzt darauf hingewiesen. Das unsichtbare Skript hier an unser Heldenreisen. Das eine, das neue, was jetzt da ist, Anstiftung zum Aufbruch. Jetzt fange ich langsam an, das Buch über meine Sichtweise auf die Astrologie zu schreiben. Das wird aber etliche Monate brauchen, gar keine Frage. Gut, das war es für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann in Cannes. Bis später im ETA. Bis bald im Wald. Tschüss. Bis bald im ETA. 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 Untertitelung des ZDF, 2020